Wer schon immer von einem echten Rennwagen mit Straßenzulassung geträumt hat, sollte sich jetzt beeilen. Lamborghini legt eine kleine Sonderserie des Gallardo LP 570 FIA Super Trofeo aus dem Markenpokal auf. Auf 150 Exemplare ist dieses außergewöhnliche Auto limitiert und es entspricht haargenau dem Rennauto. Angetrieben wird er vom gleichen 570 PS Starten V12, der in der Wettbewerbsversion seinen Dienst leistet. Auch beim Getriebe hat sich Lamborghini im Regal der Rennabteilung bedient. Auf den Rennstrecken ist optimale Bodenhaftung gefragt. Für diese sorgt ein riesiger verstellbarer Heckflügel. Dieser ist neben der durch Schnellverschlüsse gehaltenen perforierten Motorraumabdeckung eines der markantesten Erkennungsmerkmale der limitierten Edition. Gegenüber der Standardversion ist der Gallardo LP 574 Super Trofeo Stradale noch einmal 70 Kilogramm leichter geworden. Dieses haben die Italiener durch die Verwendung etlicher Kohlefaser- und Alu-Teile erreicht. Die Fahrleistungen sind ebenso imposant wie der optische und akustische Auftritt. 320 kmh Top Speed 0 bis 100 in 3,4 Sekunden.